Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Doris Simon. Welchen Sportart machen Sie? Ich komme aus der Sportart Tischtennis. Was haben Sie beim Sport gelernt? Ich habe gelernt, mich selbst gut zu bewegen. Ich habe gelernt, mit vielen anderen Menschen gemeinsam Sport zu treiben. Ich habe aber auch gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Und ich habe gelernt, auch Erfolge zu feiern. Hilft Ihnen das in Ihrem Alltag weiter? Auf jeden Fall. Denn eigentlich ist der Sport wie das wirkliche Leben. Dankeschön.